Servus Leute, Knochen hier mit Schnaufi Franz. Moin moin. Moin moin. Heute fahre ich die Hipper. Ich habe schon mal ein Hipper-Video gemacht, aber da hat es tierisch geruckelt und so, also war echt für den Arsch, konnte man nicht verwenden. Also heute nochmal Admiral Hipper, Kreuzer bei den Deutschen, Rang 8, Indiz gestellt 1939. Hier, Zwillings-Türme A203mm, ich habe die Reichweite vergessen, ich glaube 17-7 war es, 17-7. Torpedowerfer, 3 Stück, mit 3 Rohren, also Trinning-Torpedowerfer, 533mm Durchmesser, 6km Reichweite und Maximalgeschwindigkeit, 30,6 Knoten. So, hier geht es schon los. Die haben sich gegenseitig auf die Glocke hier. Ach, du fährst auch schon. Wo wollen wir hin? C oder was? Ja. Okay, dann C. Ich habe ja gesagt. Ja, deswegen, wir haben uns entschieden, fangen wir C. Wir sind überwiegend, also hier ist jetzt alles bunt gemischt, so von 7 bis 9 alles dabei. Entdeckt wurde ich auch. Das heißt, du wurdest auch entdeckt, kann das sein? Ja. Vielleicht gibt es uns die Fressen. So wird das wohl sein, ja. Okay, wir cappen schon zwei Punkte, immerhin. Noch wird nicht auf mich geschossen, das ist schon mal vorteilhaft. Ich habe mich getroffen. Und, fuck. Doch. Dreimal noch. Was haben wir denn da? Bismarck und... Wo ist das? Hipper. Miyoko. Oh, Torpedos! Ich habe schon Munition drin, jetzt hier. Weil die Hipper dreht. Wie. Wie so? Will ihr? Was? Die Bismo. Ich glaube, ich mache das. Oh, hier. Oh! Ich glaube der schießt auf dich. Jetzt kommt der Miyoko. Ich würde sagen wir drehen ab hier. Oh Gott ist das voll hier. Na wie läufts? Keine Brände hier hin. Ja? Ja du kannst nicht alles weg. Inhalt. Ich habe einen Hipster hier. okay ein bisschen was kriegt er ja ab weg den nächsten gehen hier der lebt ja immer noch ich glaube ich treffe ihn gesenkt die Miyoko dreht jetzt auch der fährt aber richtig blöd jetzt der will natürlich ununterbrochen ausweichen muss was treffen der ist nur am drehen ich bin aus der Reichweite jetzt ich habe ihn noch einmal getroffen jetzt fährt er mit seinen 20 leben davon das gibt es doch gar nicht ich glaube der verreckt aber gleich irgendwie brennt der glaube ich jup beschuss wo bismarck das ist noch eine bismarck ach du kacke da ist noch eine atlanta und was weiß ich nicht alles atlanta bismarck und die mahan die 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 Triff ihn! Gibt's doch nicht Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft Ich muss anders ranfahren da irgendwie Torpedos voraus! Torpedos auf Steuerbord! Dacht ich mir schon Glück gehabt hier Ich bin hier auch nicht mehr allzu lang Jetzt ziehst dieser scheiß Zerstörer ohne auf mich Flugabwehrmannschaften in voller Alarmbereitschaft Torpedowärper zerstört Feueralarm Fuck man Diese kleine Bastard Ne Das hältst du in der Birne noch nicht aus Hier Okay einer ist weg Jetzt ist ja noch einer da Der hat ja noch richtig dicke Leben Der hat einen Haufen Bismarcks hier Ey Ich glaub das wird nicht mehr allzu lang laufen Hier Hier geht's ab da Vor allem diese verschissene Sekundäre Der schießt ja auch schon die ganze Zeit Ja Boah Noch einmal richtig was abkriegen Dann ist hier Good night sweet prince Der rückwärts oder was Oh was so ein Zeppel ey Ja was willst du machen hier mit so einem Schiff gegen eine Bismarck ne Das ist echt stark Es entsteht doch kein Brand hier Das nervt ja auch irgendwie voll Ja Ja Das war's mit der Hippa Mal wieder Danke fürs Zuschauen Nicht da das kein Abo Danke Wir waren ja auch sehr wirklich richtig voll Elan und alles ne Ja klar Scheiße war mir gut Aber die Hippa ist auf jeden Fall besser als das was ich hier gezeigt hab Und Ja Viel Spaß noch beim Joggen Bis demnächst Hau drin Kacknieren Ciao Ciao Bis denne Macht es gut Grüßt mit dem Fitze Und ähm Grüßt schön im Allgemeinen ne Und bis dann sag ich mal Und ey achso Ciao Ciao ne Ciao